Ich bin Nico Langmann, professioneller Rollstuhl-Tennis-Spieler, Nummer 1 von Österreich und die Nummer 26 der weitere Giste. Mein großes Ziel. Dominic Thiel. Meine Waffe. Mag ich hin und wieder. Habe ich sehr viel und bin sehr dankbar. Mein eigentliches großes Karriereziel. Mein Talent. Viele gehabt, alle überwunden. Zeigt, dass es einem wichtig ist. Sehr professionell, kein Unterschied zu normalem Sport. Mein großer Rückhalt. Ermöglichen meine Karriere. Von Anfang an dabei. Sehr lange Inspirationsquelle gewesen. Und noch immer eine große Inspirationsquelle.